Hallo Freunde, das ist Let's Play und herzlich Willkommen zu einer neuen Let's Info. Ja, ich weiß, mehrere Let's Infos sind hintereinander, ist niemals gut, aber leider, leider gibt es eine schreckliche Neuigkeit und zwar musste ich meinen Rechner neu machen, sprich die ganzen Let's Play Videos, das sind weg, die ganzen Spiele, die ich spielen wollte, das sind weg, das sind weg, die ganzen, ebenso wie ich das meine, alles weg. HyperCamp 2 ist erneut heruntergeladen, leider Gottes kann ich nicht mehr HyperCamp 3 herunterladen, weil es nicht mehr kostenlos ist, verdammte Scheiße. Frips ist auf und wieder mit am Start. Ja, das heißt, dieser Turn of Light wird erstmal auf unbeschriebene Zeit pausiert werden. Wenn ich dann wieder einen neuen Rechner habe oder aber mein Rechner endlich mal wieder auf Windows 10 abgerätet wird, was er leider nicht macht, weil er dann aber so sagt, hier ist ein Fehler. Warum? Warum? Keine Ahnung. So, ähm. Ja, deswegen gibt es eine kleine Änderung. Ja, ich weiß, ihr wolltet alle, dass ich Pokémon Rote Edition das playe, ähm. Ich werde mich nun an die Vierrote Edition dran machen, das ist ein Remake von der Roten Edition. Oh ja, da freut sich schon jemand. Es wird auf jeden Fall, wie ich jetzt bereits in einem anderen Netz, wie ich vorhin angesprochen hatte, total random sein. Äh, äh, ja. Und, was ich, was ich mich noch dran setze, übrigens, die nächsten Projekte werden alle gemeinsam mit jemandem let's playet. Und zwar habe ich mir gedacht, äh, einen guten Abend, WG-Kollegen mal wieder das zuzuholen. Was heißt, äh, WG-Kollegen, das haben wir ja immer alle, egal wie WG-Kollegen, ich wohne ja jetzt nicht mehr bei ihm, aber, egal. Ähm, und zwar den Patrick. So, er wird mit mir Feuerrote Edition machen. Wäre nicht, let's player kann er gerne kommentieren, das ist überhaupt kein Problem. Für alle, die ihn nicht kennen, äh, sucht mal das Video und nehmt Horror. Ähm, das ist das erste Video, weil ich mit dem gegangen bin. Meister gemacht habe, äh, wir haben uns sehr amüsiert. Es sind auch Sprüche geflogen, die ich, äh, jetzt nicht hier wiederholen werde. Ich schaue einfach in das Video rein. Äh, äh, ähm, ja. Und ich werde mich, äh, gemeinsam an ihn, an ein Projekt haben, wovor ich sehr viel Respekt habe, aber das ist mir scheißegal für euch. Für euch, äh, liebe YouTube-Eier, ähm, 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 ich meinte, für euch, liebe YouTube-Freunde, mach ich das? Outlast DLC, weiß, ähm, Whistleblower, oder wie das heißt. Ja, Outlast, äh, wird bitte planenlos sein. Pokémon Feuerrote Edition wird planenlos sein. Ähm. Spooky Shams Garmazion Endless Mode. Und, ja, darauf freue ich mich, ähm, aber zuallererst werde ich mich, äh, Pokémon Feuerrote Edition, äh, dran lassen. Das wird mein Hauptprojekt erstmal werden. Nebenbei kann es passieren, dass ich Outlast, Outlast schon mal aufnehme. Ähm, Outlast wird aber erst dann hochgeladen, wenn Pokémon Feuerrote fertig ist. Und das wird kann dauern, weil ich, weil ich hier nicht immer Zeit habe, Patrick nicht immer Zeit hat. Ähm, ich hab ne, nicht nur, um die ich mich dazu kümmern habe, Patrick, ähm, hat ne Tochter, um die er sich kümmern muss, ne? Ja. Ja. Ansonsten. Habt Spaß, egal, was ihr macht. Genießt das schöne Wetter, geht in den Schwimmbad, Pupp, Weiber, äh, nein, Scherz, ähm. Nein, nein, Spaß, ähm. Weil ich sagen wollte, ähm, 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 egal, was ihr tut, habt Spaß dabei. Weil, wenn ihr Let's Plays Videos guckt, könnt ihr gerne die Kommentare schreiben, darüber freut sich, äh, der Ersteller von dem Video, oder abonniert ihn, ihn, oder sie, äh, je nachdem. Übrigens, äh, damit, ein ganz lieben Grüße an die weiblichen Let's Playerinnen, ich hab einige von euch mal angeschaut, leider noch nicht abonniert, wenn wir ich aber nachholen, äh. Und ich würd sagen, ihr macht das ziemlich gut. Respekt. Gut. Also, die nächsten Projekte, Feuerrote Edition und Outlast DLC. Was da da kommt, wird die Zukunft zeigen. Ähm. Ihr könnt mir gerne Vorschläge machen, was ich in Let's Plays soll. In die Kommentare. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Abo-Button. Ja, mein Freund, ja, äh, Patrick hat noch keinen YouTube-Kanal, sonst hätte ich gesagt, abonniert ihn. Gut, ähm, ich würde sagen, das reicht erstmal an der Stelle. Weil ich hab auch genug geglaubt, die brauchen Kaffee. Ja, für alle, die sich nicht so ein bisschen, äh, schwierig, ähm, das muss man auch jetzt sagen. Wenn man das Plays aufnimmt, muss man ja auch sehr, sehr viel reden, das ist das normal. Und wenn man dann nichts dazu getrinken hat, ist das immer zum Kotzen. Ach. Ja, gut. Was verblendet mir jetzt noch, sozusagen, nichts außer. Macht's gut. Euer KC9231, Ali Hasleplay mit Spafffaktor und Ausrasten. Tschüss, tschüss. PS. Abo-Button. Kommentare. Bis dann, tschüss.